Sie ist für ihren guten Geschmack und ihr modisches Gespür bekannt. An der Seite von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht Ehefrau Brigitte immer eine tolle Figur. Egal ob im sexy Minikleid oder im sportlichen Zweiteiler, wie 65 sieht die Französin nicht aus. Was allerdings nur wenige wissen, hinter ihrem Schmuck steckt eine ganz besondere Geschichte. Neben ihrem eigenen Ehering trägt die Premier Damm auch noch einen zweiten, der für sie von besonders großer Bedeutung ist. Doch Ehemann Emmanuel hat nicht etwa mit zwei Schmuckstücken um die Hand seiner ehemaligen Lehrerin angehalten. Brigittes Schwester und deren Ehemann sterben vor vielen Jahren bei einem Autounfall. Besonders tragisch, ihre ältere Schwester ist zu diesem Zeitpunkt schwanger. Als sich der Unfall ereignet, ist die Präsidentengattin gerade mal acht Jahre alt. Um sich ihrer Schwester trotz des Verlustes für immer verbunden zu fühlen, trägt Brigitte auch deren Ehering. Was für eine schöne Geste!